Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal in Photoshop um den Kopierstempel und da um eine ganz kleine Funktion, die ich bis vor kurzem selber noch gar nicht kannte und die ich euch jetzt einfach mal präsentieren möchte. Vielleicht kennt sie der eine oder andere ja noch nicht und dann lohnt sich dieses Video auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier mal ein Bild ausgewählt, ja da habe ich einfach mal ein bisschen Essen fotografiert und ich würde ganz gerne jetzt hier an dieser Stelle den Teller noch so ein bisschen säubern, den Tellerrand, weil hier gefällt mir dieses Orange einfach nicht ganz so gut und diese Stelle hier gefällt mir sehr sehr gut und wenn ich jetzt hier einfach mal mit gedrückter Alt-Taste mir eine Quelle aufnehme mit dem Kopierstempel und das Ganze dann hier rüber samplen möchte, indem ich jetzt hier einfach meine Maustaste gedrückt halte und ein bisschen rummale, dann siehst du schon das Problem. Der Kopierstempel wählt natürlich jetzt hier die Quelle aus und die hat einen anderen Winkel als ich sie hier eigentlich bräuchte, weil der Teller halt rund ist. Und bis vor kurzem dachte ich, dass man da eigentlich keine Lösung für hat, dem ist aber gar nicht so. Denn wenn ich jetzt hier oben mal auf Fenster klicke und dann auf Kopierquelle, dann öffnet sich hier ein Fenster und hier kann ich ganz viele Sachen einstellen, unter anderem auch den Winkel, wie der Kopierstempel dann kopieren soll. Und ich habe das vorhin natürlich schon mal ausprobiert für das Video hier. Ich weiß ganz genau, dass ich muss das jetzt hier einfach mal um 9 Grad drehen und ich mache das Fenster jetzt hier einfach mal wieder zu. Ganz wichtig ist, wenn du das Fenster zugemacht hast, dann solltest du irgendwann natürlich deinen Kopierstempel wieder auf 0 Grad stellen, sonst gibt es da Verwirrung, wenn du das nächste Mal Photoshop öffnest. Aber ich kann jetzt hier mit gedrückter Alt-Taste wieder meine Quelle aufnehmen und kann jetzt hier an dieser Stelle den Teller schön sauber machen im 9 Grad Modus. Ich muss jetzt hier natürlich, wenn ich um den Teller so ein bisschen weiter rumgehe, den Winkel immer wieder so ein bisschen anpassen. Aber es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, den Kopierstempel zu drehen. Das war mir bis vor kurzem neu, vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Und ich hoffe, dem hat das Video dann geholfen. Wie gesagt, vergiss nicht, den Winkel am Ende des Ganzen wieder umzustellen. Ansonsten bekommst du vielleicht Probleme oder Verwirrungen, wenn du das nächste Mal den Kopierstempel nutzt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao! Bis zum nächsten Mal.